Hallo und herzlich willkommen bei Aktien Buddies. Ich möchte heute mal auf CD Projekt eingehen bzw. euch ein kurzes Update geben, denn wir sehen hier schon, wir sind bei minus 5,77%, waren zwischenzeitlich auch schon ein Ticken tiefer bei 6,2% glaube ich im Minus und ich möchte jetzt einmal darauf eingehen, warum das Ganze so ist und dann gucken wir uns hier gleich nochmal den Chart an, wie es hier jetzt weiterlaufen könnte. Die News dazu sind ganz einfach, CD Projekt stellt zwar erst am 19. April 2021 jetzt das vierte Quartal vom Jahr 2020 vor, allerdings haben sie jetzt schon mal vorweggenommen, was der Umsatz und der Jahresgewinn sind, das haben sie bei Twitter gepostet, der Umsatz liegt bei 563 Millionen US-Dollar und der Gewinn bei 303 Millionen US-Dollar und wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis ziehen zum Jahr 2015, zum alten Rekordjahr also, mit einem Umsatz von 137,2 Millionen US-Dollar und ein Gewinn von 46,1 Millionen US-Dollar, dann ist das natürlich ein extrem riesiger Sprung und ein extrem erfolgreiches Jahr. Man muss jetzt natürlich sagen, durch CD Projekt Spiel Cyberpunk 2077 waren die Erwartungen einfach exorbitant hoch. So und diese Erwartungen konnten offensichtlich bei den Aktionären nicht getroffen werden und deswegen sehen wir auch dieses dicke Minus. Das heißt jetzt im Prinzip, dass wir also den Kursverlust haben, weil die Erwartungen bei den Investoren nicht getroffen wurden, beziehungsweise weil diese Erwartungen einfach untertroffen wurden. Ganz kurz mal ein bisschen Eigenwerbung, wenn euch das gefällt, dann gebt uns gerne mal einen Daumen nach oben, auch gerne ein Abo oder kommentiert, das hilft uns immer weiter. Deswegen bedanke ich mich dafür schon mal im Voraus. Gehen wir jetzt mal in den Chart und hier können wir jetzt natürlich sehen, wir haben jetzt einen ziemlich starken Abwärtstrend. Einmal seit dem Spiele Release, das war glaube ich der zehnte, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ganz kurz vom Spiele Release ging es einfach nur noch runter. Haben wir hier bei ungefähr 240 Slotty einen Boden gefunden. Wir kamen im Übrigen von 470 Slotty, also ziemlich starker Kursverfall. Dann sind wir nochmal hochgekommen. Es gab wohl angeblich ein bisschen so eine Art auch Short Squeeze. Was aber feststeht ist, dass Elon Musk Sachen zu CD Projekt gepostet hat und man konnte dort sehen, synchron damit ist der Kurs ziemlich angestiegen. Man hatte das glaube ich im Tesla Model 3 oder sowas, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall da auf dem Bildschirm gesehen. Da hatten wir ein Musk Hype, würde ich es jetzt nennen, seitdem auch wieder nur noch im Abwärtstrend. Hier kam dann ein Patch raus, da hatten wir nochmal eine Gegenbewegung, sind weiterhin in diesem Abwärtstrend hier gefangen gewesen, hatten eine Gap, weil das Update doch nicht das gebracht hat, was sich viele davon versprochen haben und seitdem sehen wir hier jetzt einfach nur noch einen Abwärtstrend. Klar, man hatte mal eine leichte Gegenbewegung, hat hier eigentlich einen Boden gefunden bei 181 Slotty und heute dann die in Anführungszeichen schlechten Nachrichten, zumindest offensichtlich für viele Investoren schlechte Nachrichten. Deswegen hat jetzt ein Abverkauf stattgefunden. Eine nächste oder meine nächste Unterstützungslinie wäre hier bei 173 Slotty 40. Ich blende euch das Ganze gleich auch nochmal in Euro drüber oder hier neben mir ein, damit ihr das Ganze gleich in Euro-Kursen habt, sollten wir hier drunter fallen. Tagesschlusskurs kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir eventuell auch in Richtung 127, 88, also 129 Slotty gehen. Das hört sich jetzt extrem an, es ist auch extrem, nur man muss halt mal ehrlich sein, das was jetzt über die letzten vier Monate minus 62 Prozent bekommen hat, das kann jetzt von diesem Zeitpunkt aus auch durchaus nochmal minus 20, minus 30 Prozent weiter fallen. Einkaufen würde ich jetzt gerade auf keinen Fall, ganz einfach wegen diesem starken Abwärtstrend. Man könnte sich das mal überlegen einzukaufen, wenn wir zumindest mal einen Abwärtstrend von diesen beiden hier gebrochen haben und halt auf jeden Fall mal wieder auf dem Weg nach oben sind. Also wenn wir wieder ein bisschen in diesen Aufwärtstrend reinkommen, meinetwegen bei 206 oder 210 Slotty. Am liebsten wäre es mir persönlich zumindest, wenn wir in Richtung 240 Slotty sind und bei 240 Slotty würde ich mir auch überlegen, nochmal eine größere Position von CD Projekt aufzubauen, dann halt mit der Spekulation noch weiter zu steigen. Wie gesagt, jetzt gerade auf gar keinen Fall, solange wir in diesen Abwärtstrend sind. Ich fasse ja schließlich auch nicht in ein fallendes Messer rein, dementsprechend kommt das gerade für mich nicht in Frage. Wenn ihr es natürlich machen wollt, ist das natürlich euch überlassen, könnte man natürlich darauf spekulieren, dass sich das Ganze am 19. jetzt beruhigt und dass ihr dann ziemlich Profit damit macht. Wenn nicht, dann ist es natürlich schlecht, dann solltet ihr euch jetzt vielleicht auch überlegen, dann Stop-Loss zu ziehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn ihr abonnieren möchtet, dann macht das gerne, auch gerne liken und kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.